Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar kommen wir zu einem hier zu den Silberstars die ich gespielt habe Es ist eine neue Woche, es kam ein neuer Studios da raus, letzte Woche war es Robert Anders, heute haben wir Tore Gerosta, glaube ich, wir haben ihn heute wieder auch erspielt und sagen wir mal so, er sieht von den Stats eigentlich recht interessant aus, hat echt, für Silberteam für den Ersatzbank ist das eigentlich in Ordnung, habe ich den mir auch wieder mitgenommen für die Woche und das natürlich wieder zusammengeschnitten Und ich habe natürlich noch ein Pack und zwar ein 100k Pack, das habe ich durch Division Levels bekommen und ja, was wir da rausgezogen haben, werdet ihr jetzt sehen Sagen wir es mal so, ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder so oder auch nicht, auf jeden Fall ist der Spiel in den ESPC gewandert, weil ich den nämlich schon untrade in meinem Main Team habe, deswegen habe ich noch einen ESPC gepackt Und da haben wir den guten Kursawa gemacht und das ist halt gut, weil Links hatte halt ein E-Davis und ich habe momentan eben mein Main Team so auf Benzema, ZM und Varane habe ich auch gezogen, ein 86 Plus Pack und ja, unter dem Command ist halt dieser französische Link, das passt halt perfekt und ja, das war auf jeden Fall das, was heute auf jeden Fall im Plan steht, wir haben halt noch dieses Pack, was ich sage mal, die Silberteam für den Spielerpack zeigen und halt dann halt die Silberstars Auf jeden Fall Leute, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich gerne in einer positiven Bewertung freuen, wenn ihr kein Video mal verfassen wollt, könnt ihr auch ziemlich gerne diesen Kanal abonnieren und die Blog aktivieren, da verpasst ihr kein einziges Video mehr und ja, und es geht mit der Union Karriere, geht es auch demnächst wieder weiter, mit der Blackboard Sleak geht es auch demnächst weiter, also ich sage mal so, es geht richtig ab, auf jeden Fall schon und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video und dann würde ich mich gerne sagen, viel Spaß mit dem Video Untertitelung des ZDF, 2020 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 But I'm all in We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit high A little bit low I've been praying for the rain to fall Watch me go so I'm reborn What will heaven let it go? You can love me again, again, again You better love me 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 again